Das lebendige Wort, die Filme von Eugene Green, die wir, das Filmkollektiv Frankfurt, in Kooperation mit dem deutschen DFF, Kino des DFF machen. Vielen herzlichen Dank an Natascha Gikers und Andreas Beilharz dafür, dass wir diese Reihe hier machen können. Und ja, die Reihe hat ja schon am 1. März begonnen und jetzt sind wir aber sehr glücklich und sehr froh, dass jetzt nach drei Vorstellungen wir den Filmemacher zu Gast haben. Eugene Green, der heute aus Paris hergekommen ist, haben bis zuletzt gebankt, ob das klappen würde, wegen der noch anhaltenden Streiks oder auch der Unregelmäßigkeit im Zugverkehr. Aber Eugene Green ist da und ich möchte Sie bitten, ihn zu begrüßen. Eugene Green. Wir haben hier Frankfurt. Danke, guten Abend, ich muss auf Französisch sprechen. Ich habe vor einem Film nie etwas Großes zu sagen, aber wir werden nach dem Film hier sein, um mit Ihnen zu diskutieren. Also, ich habe diesen Film nach einem baskischen Mythos gedreht und in baskischer Sprache. Also, für diejenigen von Ihnen, die noch nie einen Film von mir gesehen haben, ich habe einen sehr eigenen und sehr besonderen kinematografischen Stil und Filmsprache. Und für diejenigen von Ihnen, die noch keinen Film von mir gesehen haben, es besteht sozusagen die Möglichkeit, dass Sie erstaunt sein werden. Und in diesem Fall, wenn Sie erstaunt sein werden, bitte verlassen Sie nicht den Saal und werden Sie nicht unruhig, sondern man gewöhnt sich an den Stil und normalerweise ist das immer so. Voilà, ich wünsche Ihnen eine gute Vorführung und wir werden dann nach dem Film wieder hier sein. Ja, ich möchte gerne anfangen mit zwei Fragen und dann würde ich an das Publikum die Diskussion öffnen. Also, die Diskussion wird, also, Eugène Green wird auf Französisch antworten, ich übersetze, aber sozusagen die Fragen haben wir vereinbart, stelle ich auf Deutsch, um zumindest etwas Übersetzungszeit zu sparen. Ja, Eugène, vielen Dank für diesen, ja wirklich ganz besonderen und, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, auch sehr bewegenden Film. Ich möchte dich bitten, uns zu erzählen, wie die Idee zu dem Film entstand und wie du das Projekt begonnen hast. Das ist sehr lange, dass ich mich sehr interessiert habe, dass ich sehr lange interessiert habe, dass ich sehr lange interessiert habe, dass ich sehr lange interessiert habe. Ich habe d'ailleurs gemacht, ein Dokumentar, die sich nennt, Faire la Parole, in französisch, über die Jungen Basque und den Rapporten zu ihrer langen und der Kultur. Und in dem Film, die Idee von Faire la Parole zu machen ist, mehr oder weniger in der Tournage, von Faire la Parole zu machen. Ich lasse dich schon mal tradieren. Also es ist lange her, dass ich mich für die baskische Kultur interessiere und ich habe einen Dokumentarfilm gedreht, Faire la Parole, den wir am 31. März hier im Kino zeigen. Und in diesem Dokumentarfilm, Faire la Parole, geht es um, oder er porträtiert, junge baskische Jugendliche, die sich auf die Suche nach ihrer Sprache, nach ihrer Kultur begeben. Und die Idee zu diesem Film entstand mehr oder weniger während der Dreharbeiten zu Faire la Parole. Ich habe mich verstanden, dass die Basque-Baske, die sehr interessante und sehr riche ist, weil die Basque-Baske, die die größte ancien, noch in Europa, noch in der Welt, und die langen vivende, die die größte Geschichte ist, in der Welt. Ich habe mich verstanden, dass diese Jungen, die sehr attachen zu ihrer langen und ihrer Kultur, aber ich glaube, dass sie sehr viele Maske-Baske mit der mythologie GmbH und im Rapport, einmal im Turnage, während des Rapparts, ich habe ihnen die Geschichte von Attarabi und Mikulatsch erzählt, weil ich mir bemerkt, dass sie sie nicht wussten. Ich habe festgestellt, dass die baskische Mythologie sehr interessante und sehr reich ist und dass sozusagen das baskische Volk das älteste noch in Europa lebende Volk ist, das auch seine eigene Sprache noch spricht. Und gleichzeitig habe ich festgestellt während der Dreharbeit zu Faire la Parole, dass diese baskischen Jugendlichen zwar für ihre Sprache sehr entbrennen und ihre Sprache sehr wertschätzen, aber die Mythologie sehr wenig kennen. Und dann habe ich während einer Drehpause, habe ich diesen Jugendlichen den Mythos von Atarabi und Mikalac erzählt. Ich meinte, dass dieses Myth hatte eine Möglichkeit, etwas zu expressen, das für mich sehr wichtig war, aber auch ein paar Sachen. Und ich habe meine eigene Version des Mythos, denn wenn man ein Artikel über ein Mythos kennt, dass es ein Mythos antiken oder eine andere Kultur antiken, der Gräco-Latine oder eine andere Kultur, hat er immer seine eigene Version. Und ich habe dieses Szenario gemacht, indem ich die principale Elemente des Mythes, in allen Versionen, die existieren, denn es gibt schon viele Versionen des Mythes. Aber ich habe sie arrangiert, ich habe sie ordentlich geordnet, damit es etwas Personal für mich kann. Und ich habe dann festgestellt, dass dieser Mythos von Atarabi und Mikalac die Möglichkeit mir geben könnte, etwas auszudrücken, was mir interessant schien, was auch eben eine gewisse Anzahl von Dingen beinhaltet, die mich interessiert haben. Und dann habe ich aus diesem Mythos meine eigene Vision gemacht. Und das ist ja jedes Mal so, dass wenn man einen Mythos angeht, ob es ein griechischer Mythos ist oder ein lateinamerikanischer Mythos, dass man daraus eine eigene Vision macht. Und als ich das Drehbuch geschrieben habe, habe ich die wesentlichen Elemente dieses Mythos beibehalten. Und von diesem Mythos gibt es viele verschiedene, also einige verschiedene Versionen. Und ich habe aber die wesentlichen Versionen oder die wesentlichen Elemente so arrangiert, dass sie etwas ausdrücken, was auch mir persönlich wichtig war. Danke. Dann würde mich interessieren, wie du mit den Schauspielern arbeitest. Du hast ja am Anfang gesagt, dass es ein sehr eigener Stil ist, was natürlich stimmt. Ich finde, dass deine Filme mit die zugänglichsten und das Publikum sozusagen animierendsten sind, die man sich vorstellen kann. Aber ein großer Teil dieses Zaubers, der von deinen Filmen ausgeht, hat natürlich auch mit den Schauspielern, mit der Art zu tun, wie die Schauspieler agieren. Könntest du etwas erzählen, wie du speziell in diesem Film mit den Schauspielern gearbeitet hast? Könntest du mit den Schauspielern? 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 die haben, um ihre Leben zu gewinnen, sie mussten auch arbeiten außerhalb des Basques. Sie machten viele Filme in Madrid und in Castellan-Serie. Sie haben alle Tics des Akteurs, die in den Szenen und in den Filmen spielen. Ich wusste, dass ich nicht mit diesen Akteuren arbeiten konnte. Als es darum ging, die Darsteller auszuwählen, dann wusste ich, dass sie auf jeden Fall Baskophon sein sollten. Also Baskisch sprechen sollten entweder als Muttersprache oder als Sprache, die sie fließend sprechen. Es sollten ja auch sehr junge Schauspieler sein. Ich wusste, dass es inzwischen nicht wenige baskische Filme gibt, die auf Baskisch gedreht sind, wobei es diesen Unterschied gibt zwischen dem Nordbaskischen und dem Südbaskischen. und ich hatte dann Schauspieler gefunden, die auch in der baskischen Filmwelt sehr anerkannt sind, aber die, um Geld zu verdienen, auch in kastilischen, also spanischsprachigen Filmen spielen müssen, also auch in Fernsehserien oder in Madrider Produktionen spielen müssen. Und als ich dann diese professionellen Schauspieler getroffen hatte, wusste ich, dass sie sich alle Tics eingeeignet hatten, die man so aneignen muss, wenn man in Fernsehserien spielt. Und da wusste ich, dass es nicht das ist, wonach ich suche. So, Audrey Hoch, die auch meine assistante für La Langue ist, hat in der ersten Zeit gemacht, von Menschen, professionnelles oder nicht. Also, wenn ich suche, ich habe fast niemals gespielt, wie die meisten des Films, wie die meisten des réalisateurs machen. Aber ich habe einfach gefragt, von der Kamera zu sprechen, weil ich mich sehr interessiert... Ah, ja, das ist sehr schön. Ja, das kann es helfen. Vielen Dank. Ja, das interessiert mich, ist die intériorität der Person und die capacität der Person zu machen, dass er seine eigene Intériorität in einen Person, in dem ich ihm das Bild anbieten kann und auch im visuellen Bildschirm. Ja, und meine Assistentin Audrey Ouck, die auch das Casting betreut hat, sie hatte dann Casting-Treffen anberaumt und hat dann sowohl professionelle als auch nicht-professionelle Schauspieler dafür berufen oder dazu gebeten. Und bei diesem Casting oder bei den Castings, die ich mache, ist es so, dass ich eigentlich fast nie die Schauspieler in diesen ersten Begegnungen etwas spielen lasse, wie es die meisten anderen machen, sondern was ich mache, ist sie einfach reden lassen, sie in die Kamera etwas sprechen lassen. Und wonach ich suche bei der Wahl der Schauspieler ist nach einer Innerlichkeit und sozusagen, dass diese Schauspieler in der Figur, die sie spielen sollen, ihre eigene Innerlichkeit auch auf eine gewisse Art entdecken sollen. Und dass sie dies durch den Rahmen sowohl ihrer Figur als auch den Rahmen der Kamera machen können. Und so, auf dem Anfang, ich war ein bisschen entspricht, weil ich nicht gefunden habe, die ich recherchais für die Röder principale Röder. Wir haben, zum Beispiel, den Akteur Pablo Lacha, der Künstler, 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 der Künstler. Und für die Schauspieler, der Künstler, der Künstler, der Künstler. Ich hatte zwei Möglichkeiten für die Frau, wie sie ist Oudana. Und dann, ich hatte jemanden interessantes für Mikkel아ch, die Lukas Hirjart. Und dann hat er von seinen Künstler, der Künstler ist nicht in die Bassträger, der Künstler, der Künstler, der Künstler, in Belgien, Donc, on ne pouvait pas lui faire une audition avec Audrey. Je lui ai demandé de m'envoyer une vidéo qu'il ferait lui-même. Et je l'ai trouvé intéressant. Donc, il est venu à Paris. Je l'ai rencontré. Et j'avais trouvé à Taravi aussi. Donc, ça s'est fait comme ça. Et tous les figurants et les petits rôles, ce sont des gens du Pays Basque, surtout du Pays Basque Nord, que j'ai connus comme ça. Ce ne sont pas des acteurs. Mais par exemple, je faisais passer des auditions pour le rôle du prêtre dans l'église. Et il y a un monsieur qui s'est présenté qui m'a donné seulement son prénom. Et je l'ai choisi. Et puis, j'ai appris que c'était le père de Shaya qui joue à Taravi. Et de même que celui qui joue à l'évêque, c'est le père de Lukash qui joue à Michalac. Donc, on avait quatre membres de la même famille. Et la petite fille, c'est la petite sœur d'Ataravi, de Shaya Hiriart. Mais j'ai choisi vraiment sur la base de ce qui m'intéressait chez ces personnes. Mais ça ne faisait pas de mal qu'il y ait ces liens personnelles entre eux. Oui, j'ai appris à l'évêque, parce que j'ai pas de Schauspieler fand, die ich gut fand. Ich hatte dann einen Schauspieler gefunden, der den Geistlichen spielt, Pablo Lecce, ein professioneller Schauspieler. Also den hatte ich gefunden, aber ich musste drei junge Darsteller finden für die Hauptrollen. Das war die große Schwierigkeit. Dann gelang es mir, jemanden zu finden für die Rolle der Udaner, also der jungen Frau im Film. Und dann gelang es schließlich auch, jemanden zu finden für die Rolle des Mikalatsch. Und er erzählte mir dann von seinem Cousin, der aber nicht in Baskenland lebte, sondern in Belgien, und den wir daher nicht für ein Castingtreffen gewinnen konnten, sondern den ich erst über Video oder Internet treffen musste, und den ich hinreichend interessant fand und den wir dann nochmal nach Paris eingeladen hatten, als ich wusste, dass er interessant ist, und der dann als Atarabi ausgewählt wurde. Und dann bei der Auswahl der Nebenrollen, da war es so, dass es dann eben Darsteller sind, überwiegend aus dem Baskenland, also aus dem nördlichen Teil des Baskenlands, die überwiegend eben keine professionellen Schauspieler sind, sondern Leinendarsteller. Und bei einem Castingtreffen, in dem es darum ging, den Priester zu besetzen, hatte sich ein Mann vorgestellt, der aber seinen Nachnamen nicht gesagt hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass er der Vater war, es war der Vater des Schauspielers, der für die Rolle des Atarabi ausgewählt wurde. Und bei einem anderen Geistlichen hat sich herausgestellt, dass das dann der Vater von Michalac war. Und das kleine Mädchen, das war wiederum die jüngere Schwester von Atarabi. Und so kam es zu dieser auch sehr familiären Verquickung. Was ich aber interessant fand, also ich fand alle diese Menschen sehr interessant, und trotzdem schien es mir, dass es auch nicht verkehrt ist, oder dann letztlich nicht verkehrt war, dass sie auch diese persönlichen Verbindungen hatten. Juste eine Sache, die ich ajoute, ist, dass wir den Basken, wie immer in seinem Naturstand, der Basken ist natürlich divisé in den Dialekten, denn es gab nie einen offiziellen Ausbildung des Basken, bis zum Récemment. Und in general, zwischen den Dialekten, die Leute verstehen sich, aber in den Jahren 60, der letzten Jahrzehnte, haben wir in den Basen, was wir uns betrachten, was wir uns betrachten, was wir uns betrachten, die Baske unierte, die Baske unierte. Das ist eine Forme standard der Baske, und die ist nun in der Literatur, in den Journalen, etc. Und wir entschieden, dass wir uns betrachten, dass wir uns betrachten, in den Basken unierten Dialekten, und das war das, was wir uns betrachten, dass wir uns betrachten, in den Basen, bis zum Baccalauréat, bis zum Baccalauréat, bis zum Baccalauréat, das war nicht ein Problem, denn in der Schule, das ist der Baske, was wir uns betrachten. Aber für andere Menschen, die die Basen über den Basen, de leur Provence, il fallait que mon assistante, donc Audrey, qui avait été, ce que les Français appellent, casseuse, moi je n'utilise pas ce mot, elle était aussi assistante linguistique, et elle a harcelé les acteurs, pour être sûr que la prononciation soit exactement celle du Basque unifié. Eine Sache, die ich noch dazu hinzufügen möchte, das Baskische, wie alle lebenden Sprachen, ist in Dialekte aufgeteilt, und bis vor einiger Zeit gab es auch, oder bis vor kurzem gab es auch keinen offiziellen Unterricht im Baskischen, und erst in den 1960er Jahren wurde etwas geschaffen, was das einheitliche Baskisch ist, was eine Standardform dieser Sprache ist, die erschaffen wurde, und die jetzt heutzutage in der baskischen Literatur oder in Zeitungen verwendet wird, und wir hatten entschieden, dass diese offizielle Form des Baskischen dann eben die Grundlage für die Dialoge des Films oder für die Sprache des Films sein sollte, und bei den drei jungen Darstellern, die das Baskische in der Schule gelernt haben, die bis zum Abitur im Baskisch gelernt haben, was in der Schule Pflicht ist, war es kein Problem bei den anderen Darstellern, die aus anderen Teilen des Baskischen Landes kamen, indem man Dialektisch spricht, das Baskische, musste dann meine Assistentin, Audrey, Audrey Ock, die nicht nur Assistentin war, sondern auch linguistische Assistentin war, musste sie bei der Aussprache, bei der Vorbereitung dieser Leute auf die Aussprache, musste sie die Dialekte anpassen an das offizielle Baskische, das musste noch gemacht werden. Ja, gibt es Fragen Ihrerseits zum Filmen? Vielen Dank für den schönen Film, und vor allem die wunderbaren Musik, die hat mir sehr gefällt. Ich habe eine Frage, Sie hatten am Anfang des Krimi, nicht das nicht, nicht das nicht, nicht das nicht, aber Sie haben gesagt, Sie haben auch Sachen angepasst, oder Sachen, wo Sie selbst eingestellt haben, können Sie vielleicht sagen, was das war, und warum, also hat man sich verändert, das war, Also, wie récemment, die Basque sind sehr froh, wir haben ein Objekt archäologischer, eine Mäne, eine Bronze, im IIIe siècle vor J.-C., wo es fünf Basques geschrieben haben, mit dem Alphabet des Iber, ein anderer Peuple, die über die Päninsule Iberique. Die Basque s'escrivait seit langem, aber die Mythologie Basque wurde essentiellement oral. Und wie die Basque wurden d'abord von den Romagen und dann christianisiert nach dem IV oder V. Lentement, parce qu'ils avaient eine andere tradition religieuse qui ist in den den Mythen, der christianische ist devenue synchritisch, es ist-à-dire dass sie enthalten viele Dinge von der ancien Religion. Und die mythen haben auch christianisiert. Und dann, wenn ich diesen Mythe erzählen habe, wie sie wurden von einer bestimmten Tradition aus den 60er und 70er Jahren, sie sind sehr antiklärical, antiklärical, pardon. Und sie sagten, ja, aber es ist kein Mythe pur, denn es gibt es chritten. Und dann, in dem Mythe, wie er wurde, Attarabi wird ein präter. Er ist nicht in Ordnung, aber er wird ein präter. Und er sagt, er kann sich nicht zu sein, wenn er auf dem Moment der Versuchung ist. Und dann, er ist nicht zu ihm, aber er sagt, dass er sich zu tun hat. Und der Sacristian, zwei Mal wieder, er nicht erreicht. Und der dritten Mal, mit einem bäten, er le tut. Das ist ein Element, zum Beispiel, das ich transformiert. Ich fand, dass es ein sehr guter Mythe ist, über den Konflik zwischen dem Bienen und dem Mal. Aber das war, wie in dieser Version, das ist ein bisschen länifiant. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist, das heißt, das ist, das St. Sulpice, wo man handelt, das objekte religieus, sehr, 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 sehr. Also, das war ein bisschen, wie so. Und ich wollte etwas zu finden, das Gedächtnis, das mit Original. aber ich wollte diesen Aspekt spirituellen behalten. Ich sage mehr, aber ich werde es schon sagen. Es ist eigentlich so, dass die meisten Mythen mündlich überliefert wurden und die Basken wurden erst von den Römern erobert, besetzt, dann wurden sie christianisiert, peu à peu ab dem 5. Jahrhundert und dieses Christentum wurde synkretisch, also die Mythen der Basken wurden dann auch etwas christianisiert und unangepasst durch diese Entwicklung. Und die jungen Leute, die hier im Film sind, die sind sozusagen aufgewachsen im Geiste der 60er, 70er Jahre, also sehr antiklerikal eingestellt. Daher gab es dann auch sozusagen bei der Überlieferung, also beim Gespräch über diese Mythen gab es auch verschiedene Ansichten zwischen uns. Aber um konkret zu sagen, also in der Form, in der der Mythos überliefert wurde, ist es so, dass Atarabi keinem Orden beitritt, sondern Priester wird. Und er dann erfährt, dass er, wenn er erlöst werden will, im Moment der Konsekration... Also im Moment der Wandlung getötet werden muss, um erlöst zu werden. Und er bittet dann den Sakristan der Kirche, dass er ihn tötet dabei und das gelingt zweimal nicht. Und dann beim dritten Mal wird er durch einen Keulenschlag getötet. Das ist sozusagen ein Teil des Mythos, den ich nicht übernommen habe im Film. Und was mich interessiert hat an diesem Mythos war eben auch der Gegensatz zwischen dem Guten und dem Bösen. Und in der Form, wie dieser Mythos eine Zeit lang auch überliefert wurde, hat er für mich etwas Seichtes angenommen. Und ich wollte diesem Mythos wieder seine Härte zurückgeben. Also, in den traditionen Oralen gibt es viele Versionen des Mythos. Aber die Elemente gibt es in allen Versionen, die ich habe, ist, dass ich eine Art und Attarabie und Mikolaj sind, von der Grande Déesse Basse, Marie, das ist nicht mit der Vierge Marie. C'est la Grande Déesse de la Nature Basque, puisque l'ancienne culture basque était matriarchale. Ça fait très plaisir actuellement. Elle ne voulait pas les élever et elle les donne au diable qui avait une école pour qu'ils fassent leurs instructions. C'est une sorte de pensionnat chez le diable. Ensuite, Michel Hatch se trouvait très bien chez le diable et reste chez lui et devient un serviteur du diable. Et Atarabi, qui est bon, d'abord il veut rester avec son frère, comme on voit, mais finalement il ne veut plus rester. Et donc cette histoire du tamis qui parle, qui le remplace, qui lui permet de s'enfuir. Mais le diable garde son ombre. Ça c'est dans toutes les versions du mythe. Ensuite, donc leur chemin se sépare. Donc dans la version que je n'ai pas prise, Atarabi devient un prêtre. Et moi je l'ai fait plutôt essayer d'entrer dans les ordres, mais qui ne peut pas parce qu'il n'a pas d'ombre. J'ai inventé le personnage d'Oudana. Donc c'est cette histoire d'amour. Et l'histoire de Michel Hatch qui fait venir, qui demande à sa mère Marie de faire venir un orage pour détruire la récolte. Ça c'est dans les mythes. Et le fait que c'est Atarabi qui prie et qui convainc Marie d'éloigner l'orage. Ça aussi c'est dans le mythe. Et puis la résurrection de la petite fille, je l'ai inventé. Mais le fait qu'Atarabi meure pendant la consacration, ça c'est dans le mythe. Et enfin qu'il soit jugé par Ordali à la fin. C'est-à-dire par les oiseaux. Si l'évêque dit que si les corbeaux viennent et les vautours les dévorer, il faut les laisser. Et par contre, si les oiseaux ne les dévorrent pas, il reconnaît qu'il est sain et qu'il doit les sauver. Et donc voilà, c'est donc la plupart des éléments clés du mythe sont dans le film. Ja, also es gibt verschiedene Versionen des Mythos. Et ce qui est dans tous les mythes, c'est que l'Atarabi Miquelac de la Göttin Marie abstambe. Alors Marie n'est pas écrit avec l'E, n'est pas de 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 l'E. Cette Welt war in den Vorzeiten matriarchale, also matriarchale Welt, also diese Göttin Marie, die gab es tatsächlichen in der baskischen Kultur. Und Teil des Mythos ist auch, dass sie ihre Söhne, die sie nicht großziehen möchte, dem Teufel übergibt, der dann ihre Erziehung übernimmt und wie so eine Art Pensionar für die Kinder darstellt. Und Miquelac, der, also auch das findet sich im Mythos Miquelac, der sich beim Teufel sehr wohl fühlt und Atarabi wiederum irgendwann in die Welt hinausziehen möchte und ihn verlassen möchte. Und dabei erst bei seinem Bruder bleiben will, aber sich dann noch entscheidet, wegzugehen. Aber der Teufel behält seinen Schatten ein, das ist auch in allen Mythen, die es gibt. Dann eine Abweichung ist, dass Atarabi eigentlich eben nicht wie hier einem Orden beitritt, aber nicht angenommen wird, sondern in den Mythen Priester wird. Was ich erfunden habe, ist diese Figur der Udana, des jungen Mädchens. Also diese Liebesgeschichte, die habe ich erfunden. Auch in den Mythen vorhanden ist diese Geschichte, dass Miquelac, also die Geschichte mit dem Sturm, dass Miquelac seine Mutter bittet, diesen Sturm auf die Welt zu bringen und Atarabi diesen Sturm abwenden möchte. Was ich wiederum erfunden habe, ist die Wiederauferstehung von den Toten des kleinen Mädchens. Das habe ich auch erfunden. Und dann diese finale Szene, wenn Atarabi stirbt und dann dieses Urteil gefällt werden soll, je nachdem, ob die Aasgeier, die auf ihm landen, ob sie ihn aufessen oder anbeißen oder nicht. Das findet sich auch in den Mythen. Also die Mehrzahl der Hauptelemente, der Schlüsselelemente des Mythos habe ich beibehalten. Ja, gibt es weitere Fragen? Ja. Eine etwas andere Frage. Mir ist sowohl bei dem Film gestern Abend als auch heute aufgefallen, dass bei den Produzenten die Brüder Dardenne auftauchen. Ist das ein Zeichen, dass sie ein Problem haben, in Frankreich Produzenten zu finden oder gibt es eine spezielle Affinität zwischen dem Werk von den Dardens und ihren? Das sind die zwei. Es ist sehr schwierig, meine Filme zu finanzieren, wie immer so. Es war immer noch möglich, bis vor dem Covid-19. Jetzt ist es quasi unmöglich. Aber es ist aber, dass für den Monde Vivant, die Produzenten wusste, die Produzenten wusste, die sie wusste und sie wusste, 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 sie wusste. Es gab die Möglichkeit für den Produzenten, aber es gab es noch einen Produzenten. Sie wussten, ich habe nur ein Film gemacht, das war das Nacht. Und dann haben sie wusste, sie wusste, sie wusste, sie wusste auch sehr viel, auf die Freude und diese wusste. Und das hat auch eine Komproduktion, mit dem Beispiel, wenn alles gut geht, in 2024, ich werde einen neuen Film im Portugal machen. Und wir wollten eine Komproduktion französisch, und wir hatten eine Komproduktion belge. Und wenn ich mit zwei Fräern entdeckte, sie fragte, ob ich ihnen das Szenario schreibe, und ob sie, eventuell, teilzunehmen. Und sie meinte, in fünf Minuten, dass sie nicht die Szenario lern. Sie wollten meinen Film unterstützen. Das hat mich sehr beeindruckt. Also es ist sozusagen etwas zwischen beidem. Es ist tatsächlich so, dass es sehr schwierig ist, die Filme, die ich mache, in Frankreich produziert zu bekommen. Es ist noch schwieriger nach der Pandemiesituation geworden, aber war auch vorher schon sehr schwierig. Bei Le Monde Vivant, den Sie gestern gesehen haben, war es so, dass meine Produzentin Martine de Clermont Tonnerre die Bruder Dardenne persönlich kannte. Und dieser Film Le Monde Vivant ist mit ganz, ganz wenigen Mitteln entstanden. Aber es gab die Möglichkeit, trotzdem eine kleine Finanzierung in Belgien zu bekommen. Und sie hat dann, weil sie sie schon kannte, kontaktiert. Und damals hatten die Bruder Dardenne meinen ersten und bis dahin einzigen Film gesehen, den Tut-Len-Louis, den wir morgen Abend zeigen. Und der Film hat ihnen sehr gefallen. Sie hatten sich dann entschieden, Le Monde Vivant zu produzieren. Und daraus ist dann auch eine freundschaftliche Beziehung entstanden. Und wenn alles gut läuft, dann werde ich 2024 in Portugal meinen nächsten Film drehen, für den wir aber auch eine französische Koproduktion anstreben und auch eine belgische Koproduktion. Und ich hatte dann, als wir die Finanzierung vorbereitet haben, den Bruder Dardenne, also beiden zusammen geschrieben und gefragt, ob ich ihnen das Drehbuch für diesen Film, der hoffentlich nächstes Jahr gedreht werden kann, schicken soll, damit sie sagen, ob sie ihn produzieren wollen oder nicht. Und dann haben sie innerhalb von fünf Minuten geantwortet, dass Öschenke ihnen das Drehbuch gar nicht zu schicken braucht, weil sie ihn auf jeden Fall produzieren möchten. Und das hat mich sehr berührt, diese Antwort. Ja, gibt es weitere Fragen? Wir haben auch tatsächlich leider nicht mehr so viel Zeit. Wir haben noch knapp zehn Minuten. Wir haben das Haus leider verlassen müssen. Also ja, gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich noch eine Frage stellen bezüglich der, um meine weitere Kontinuität. Bitte? Ah, ich habe sie nicht gesehen. Ja, bitte. Eine Sekunde, gleich kommt das Mikro. Okay. Also für den Guten ist das Ende klar. Also der stirbt und wird begraben. Also für ihn ist gut, aber was ist mit dem Bruder? Der steht dann am Grab und was ist das Ende für den Bruder? Der ist der Ende für den Bruder. Der ist der Schatz für den Bruder. Der ist klar, der ist der Schatz. Der ist der Schatz. Aber was ist der Schatz? Wie kommt das Mikro? Wie der Schatz zum Film endet, wir wissen nicht, aber wie er ein Pakt mit dem Diabler macht, er sagt, dass er sehr glücklich ist, und er arbeitet für den Diabler. Und man kann es sagen, dass er in der ganzen Eternität weitergeht, er arbeitet für den Diabler. Nein. Nein. Der Mythos endet auch so. Der Mythos erzählt auch nicht, wie es mit Mikkelatsch weitergeht. Aber wie wahrscheinlich heute Mephisto Feles ist ein Bankier, vielleicht hat Mikkelatsch den Mephisto Feles verwendet. Aber da in heutiger Zeit Mephisto ein Banker ist, es ist auch gut möglich, dass er den Platz eines Bankers annimmt. Ich wollte noch nach einer weiteren Kontinuität fragen, nämlich die Zusammenarbeit mit Raphael O'Beiron. Du hast alle Filme mit Raphael gedreht. Könntest du etwas erzählen von der Zusammenarbeit mit Raphael? Auch speziell bei diesem Film? Ja. Ja. Als ich drei Stunden hebben zu den ersten Filmen, schon in meiner ersten Filmen sehe ich, nach der ersten Film nicht mehr zu machen. Ich hatte immer noch gewusst, vor dem Film zu arbeiten. Und ich war nicht so, wie ich zum ersten Film habe hatte. Ich habe einen Film gemacht, aber der Film war sehr weit. Und damit habe ich noch nicht gemacht, Ich habe keine Kurz-Mettrages gemacht, sondern auch in der Köln-Cinémaske. Und dann habe ich den Scenario des Nights, ein Long-Mettrages gemacht. Und dann habe ich ein Miracle, das heute nicht möglich war, habe ich die Anvance-sur-Esset, ein sehr wichtiges Finanzierung. Und dann habe ich mich gefunden. Und dann habe ich angefangen, und ich habe auch schon gesehen, ich habe auch schon gesehen, ich habe auch schon gesehen, dass ich den Travail habe, dass ich den Travail habe, in den Filmen. Und Raphael war sehr atypisch, aber ich habe ihn sehr interessant gefunden. Ich habe mir gesagt, dass er es gemacht hat. Er hat es acceptiert. Die Situation waren sehr schwierige. Der Film war nicht gut finanziert. Und es hat sich sehr gut gemacht. Er hat das Gefühl, was ich wollte, was ich sehr speziell war, wie ihr gesehen habt. Und ich habe auch immer, zu formen, mit den Menschen mit denen ich arbeite, mit denen ich arbeite. oder mit den Menschen, oder mit den Akten. Und so, natürlich, habe ich mir gesagt, zu Raphael, zu machen, das Leben vivend ist. Und so, es hat sich sehr gut gemacht. Ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, zu machen, die Bilder von meinen Filmen. Und er hat immer acceptiert, sogar zu retten, andere Dinge, die besser bezahlen waren, zum Beispiel, aber die es weniger interessant sind, artistisch. als ich Dudley Noé gedreht habe, meinen ersten Langfilm, den wir morgen Abend zeigen, war ich nicht mehr ganz in meiner, ja, in meiner ersten Jugend. Also, ich hatte noch nie vorher einen Film, ich hatte noch nie vorher einen Film gemacht. Also, ich wollte, seit ich 16 war, wollte ich Filme machen, aber ich wusste nicht, wie man das macht. Ich hatte vorher Theater gemacht. Ich habe nie einen Kurzfilm gedreht, ich habe nie eine Filmausbildung gehabt. Und dann habe ich angefangen, mein Drehbuch zu schreiben, zu Dudley Noé. Und durch ein Wunder, was es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr geben würde, habe ich eine Finanzierungsmöglichkeit bekommen, eine Vorabfinanzierung. Und als ich sie bekommen hatte, konnte ich meinen Film vorbereiten, musste dann ein Drehteam zusammenstellen. Dann habe ich auch dafür Treffen anberaumt, habe ich mit Leuten getroffen, auch Leute, von denen ich Sachen schon kannte, also deren Arbeit ich schon kannte, auch im Falle von Kameraleuten. Und dann habe ich Raphael in diesem Zuge kennengelernt, der auf eine gewisse Art sehr atypisch war, als Person, aber mit dem es funktioniert hat. Und dann haben wir uns an die Arbeit von Dudley Noé begeben. Das war eine sehr schwierige Arbeit, weil der Film sehr schlecht finanziert war, sehr wenige Mittel es gab. Aber es hat funktioniert mit Raphael und er hat verstanden, was ich wollte, also auch dieses Besondere, was sie gesehen haben in dem Film, dieses Besondere, wonach ich suche. Und da ich eine Tendenz habe, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ob es jetzt Schauspieler sind oder die Leute aus der Mannschaft hinter der Kamera, da ich die Tendenz habe, oft mit ihnen Freundschaften zu schließen, die auch persönlich werden, war es auch bei Raphael so. Und dann haben wir uns entschieden, auch Le Monde Vivant, der gestern lief, zu drehen zusammen. Und so haben wir jeden Film bislang zusammen gedreht. Und um mit mir arbeiten zu können, hat er auch bisweilen Angebote anderer Filmproduktionen abgelehnt, die er weniger interessant fand. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Oder eine letzte Frage, muss ich sagen, weil wir jetzt tatsächlich leider gleich das Gespräch beenden müssen. Sonst, wenn es keine letzte Frage gibt, dann kann ich darauf hinweisen, dass Eugene Green morgen auch noch da ist. Und wir morgen auch ein sehr besonderes, auch wirklich sehr geradezu in Deutschland sehr, sehr rare Möglichkeit haben, Eugene Green als Schriftsteller kennenzulernen. Also morgen um 17 Uhr wird es eine Lesung geben aus Gedichten von Eugene Green, aus seinem einzigen bislang ins Deutsche besetzten Roman, La Rekonstruktion, der Wiederaufbau. Die deutschen Übersetzungen werden von Sarah Grunert vom Schauspiel Frankfurt gelesen. Also ich kann es nur herzlich einladen, morgen um 17 Uhr hierher zu kommen. Und um 20 Uhr läuft dann der Film Tutte L'Envie, über den wir eben gesprochen haben. Und dann können wir weitersprechen. Vielen herzlichen Dank, Eugene Green. Merci beaucoup. Danke. 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 Vielen Dank.